Judith Lengle Geige Ich war mit meinem Vater in der Musikschule, um mich eigentlich für Klavier anzumelden. Da der Direktor von der Musikschule aber meinte, dass ich ein sehr gutes Gehör habe und dass er unbedingt noch Leute fürs Orchester braucht, habe ich mich dann sehr schnell dazu überreden lassen. Meine Mutter hat Konzertfach Orgel- und Kirchenmusik studiert, wie auch meine Großmutter. Mein Großvater war Geiger, auch Konzertmeister in einem Berufsorchester. Seit Jänner 2013 Unbeschreiblich, das Gefühl. Wenn man in diesem wahnsinnigen Klang drinnen sitzt, das ist unglaublich. Wie im Moment Frau ohne Schatten. Die Zeit geht so schnell vorbei. Die Frage ist schwierig zu beantworten, aber besonders mag ich zum Beispiel den zweiten Satz der fünften Symphonie. Ja, im Moment Klassik. Und früher war ich aber eher auf einer ganz anderen Schiene. Mit Punk und Hardrock, manchmal auch Metal und so. A. 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 B. Vielen Dank.